Hallo, heute sind wir bei Günther, dem Genuss sprecht. Und was darf natürlich nicht auf einer österreichischen Hütte fehlen? Kaiserschmarrn, und zwar der besten Town. Danke, Claudia. Grüß euch, ich bin der Günther, auch bekannt unter der Genusspecht und ich bin seit mittlerweile über einem Jahr hier oben am Lumberjack mit meinem Foodtrailer und mache Kaiserschmarrn in den verschiedenen Variationen. Die Zutaten zu meinem Kaiserschmarrn sind alle Bio und Regional mit Zertifikat. Jetzt kommen wir bei Kaiserschmarrn und unser Kaiserschmarrn. Vielen Dank.